hallo mitspieler mein name ist joshu und ich spiele mit euch the long dark wir spielen den story modus und die aktuelle quest wenn man so will besteht darin eins dieser fischer häuschen zu nutzen um hier ein wenig eisangeln zu veranstalten ich hätte ja gern eins mit tür deshalb werde ich hier nur ein bisschen das inventar checken ok 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 auf zum nächsten hier gibt es noch holz nothing manchmal findet man im tier drin auch noch so ein angelbuch und so ein angelbuch ist deshalb günstig weil dass die fähigkeiten des angelns verbessert aber ich kann mir vorstellen dass das in dem modus in dem jetzt hier gerade sind vielleicht nicht so ist so sie gerade könnten ein bisschen was trinken und essen so und jetzt müssen wir mal kurz konzentriert in die runde schauen wie ist denn unser gesundheitszustand und 98 drei wölfe sind eine ganze menge ok das hat erstmal funktioniert jetzt aber hopp hopp ins häuschen hier hinein und zu das ding wunderbar sardinen das ist das ist das schrott um haken zu bauen ok fein dann würde ich sagen machen schläfchen solange wir hier noch im guten temperaturbereich sind denn in der nacht wird es wahrscheinlich kalt und wenn wir in der nacht angeln wollen dann sollten wir ausgeruht sein ja immer noch sehr gut ruhig noch mal zwei man muss halt in diesem spiel bewusst aufpassen nicht während des schlafens zu unterkühlen da können wir ruhig noch zwei und dann dabei darauf zu gehen ist mir schon mehr als einmal passiert deshalb gehe ich hier so in zwei stunden schritten vor denn es kann durchaus sein dass das wetter umschlägt und dann gehen die temperaturen so schnell runter dass man in seinem schlafsack erfriert das wollen wir natürlich nicht ok fein Temperaturen sind zwar ok aber wir machen es uns ein bisschen gemütlicher hier 67 prozent 75 prozent haben wir nicht noch ein buch dabei also 75 prozent ist das maximum das nehmen wir ja das eis angeln finde ich eine eigentlich eine sehr schöne sache gefällt mir im survival game auch sehr gut es ist nur ja ich weiß nicht es ist nicht so effizient finde ich wahrscheinlich hängt es von den skills ab wenn man wirklich richtig hoch gelevelt hat dann wird das auch sehr gut laufen aber am anfang sitzt man schon lange da und ja kann halt sein dass es hier im game ist ein bisschen anders läuft zehn stunden wunderbar da kann sich niemand beschweren das machen mit der den brecheisen auf und ich sehe ich müsste mal ein bisschen was trinken und vielleicht noch was okay dann sagen wir mal zwei stunden da haben wir es sehr gut was haben wir hier einen schwarzbarsch zwei kilo nochmal zwei kilo das geht ja wie das spritzelbacken das ist ja wirklich sehr sehr effizient noch mal zwei stunden ja ja wunderbar irre das geht ja wirklich unglaublich gut vielleicht den noch hinterher vielleicht den noch hinterher ja hier haben wir was und dann können wir uns ruhig ein bisschen ähm Schnee wieder schmerzen und dann nach auch ein bisschen äh uns ein zwei fische zu bereiten denn wir haben ja nur noch nicht rechtlich also wenn das so easy geht hm schwarzbarsch hier rings marina und nochmal und hier seht ihr da gewinnt man immer also was sind wirklich kleinstmengen aber ein bisschen was äh gewinnt man dort an ölen und wir machen hier weiter ich denke ich werde noch ein bisschen was in den ofen tun so neun stunden mehr als genügend zeit mal schauen wie viel haben wir denn überhaupt wir haben zwei vier wir hätten jetzt eigentlich schon ausreichend aber aber ok hier rings marina ok einmal alles zeug ist durch und und haben wir jetzt das gesamte angezeigt aufgebracht soll das so sein dann stellen wir nochmal eins her ist ja ein ordentlicher verschleiß das hätte ich nicht gedacht nur noch mal zwei so dann nehmen wir das trinken und dann können wir hier gleich ein bisschen gewicht reduzieren ok so fünf kilo lege den fisch in den behälter und ich will muss noch mal sicher gehen äh dass wir die fünf kilo auch glücklich haben zwei vier ja wir haben mehr ok uns geht's gut wir sind allerdings bei 40 kilo ok das ist ein bisschen viel also weg damit weg damit weg damit dann davon mag ich mich nicht trennen ich kann ja schwerlich das gewehr ablegen ok die können wir ablegen die säge ne das macht keinen sinn das können wir zur seite tun tja haben wir denn noch so viel brennholz dabei vielleicht ist das der grund kohle ablegen 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 96 kilo unglaublich so orientieren wo sind wir da sind die wölfe ich meine da geht es nach haus ja dass man in diesem spiel so irre schleppt aber ok will mich nicht beschweren es gibt ähm im survival modus oft genug die situation dass man froh wäre wenn man schleppen könnte weiter doch schon ok gut dann zurück zu jeremiah weiter 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 müssen wir uns ausruhen können wir durchlaufen könnte man mal das gewehr in die hand nehmen mal einen blick was ist hier liegen tatsächlich noch von der signalpistole patronum warum eigentlich ich meine will mich nicht beschweren gut für mich so dann schauen wir mal wie es mit wölfen aussieht im moment sehe ich nur steine aber das kann sich ja jeden moment ändern so weiter weiter na das lief ja irre gut also dass ich da so schnell den fisch zusammen bekomme da haben wir einen kandidaten ok das hat ihm gereicht so ein flitzen ich hoffe nur er kommt nicht noch mal das ist schon wieder so ein bisschen auf pirsch modus ok da ist er frisch nachgeladen und weiter geht's ja in einem survival durchlauf würde ich das nicht machen hier so in die luft schießen weil da gibt es so einen mangel an patronen so einen mangel an munitionen das man dann nach anderen wegen suchen muss aber hier scheint es keine rolle zu spielen wir haben von allem egal was es ist scheinbar überreichlich und deshalb leiste ich mir den luxus den wolf mit einer mit einem warnschuss sozusagen zu verjagen ja es könnte natürlich wirklich sein dass diejenigen die jetzt anfangen das spiel zu spielen und die spielen jetzt den story modus und sagen danach gucken wir dann mal in den survival modus dass die dann staunen wie schwierig das spiel dann ist weil so wie es jetzt läuft ist das ja nicht mal zu vergleichen mit dem regulären modus so was ich so als normal sehe dass der wanderer es gibt ja den untersten also den geringsten schwierigkeitsgrad das ist der pilger den habe ich noch nicht probiert aber da scheint es so zu sein dass die tiere grundsätzlich nicht angreifen sondern dass man eben nur eben sammeln muss und sich ein bisschen mit den ressourcen einrichten muss aber eben den regulären modus dass der wanderer dann gibt es zwei richtig harte knackige modi nämlich schleicher und eindringlingen und ich finde selbst auf dem wanderer modus ist das spiel so viel härter als das was wir jetzt hier erleben das ich denke leute staunen könnten wenn die aus dem story modus rauskommen und dann denken jetzt spielen wir mal ein bisschen survival wie schwierig das dann plötzlich wird also bei dem dritten level das ist der schleicher da ist zum beispiel so dass man wolfsfleisch gar nicht essen kann also man kann es essen aber in dem moment wo man das erste stück fleisch ist läuft man gefahr sich also darm parasiten einzufangen und wenn man ja und wenn man das erstmal hat sondern dass man darm parasiten hat dann verliert man zehn tage lang permanent gesundheit muss ein antibiotikum einwerfen und so weiter also das kann schon richtig schwierig werden im dass man wolfsfleisch auf den härteren leveln überhaupt nicht zu sich nehmen kann also ohne eben diese dieses starke risiko zu provozieren so dann geht's los 13 haben wir jetzt einfach mal alles rüber und da steht tagebuch aktualisiert lerne wie man fische fängt dann haben wir es geschafft schnell ins warmen und ja dann sind wir mit den beiden durch dann wollen wir mal mit jeremiah sprechen story weiter 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 wir haben jetzt jagen angeln kleidung was muss ich über kleidung wissen es ist verdammt kalter draußen die kleidung kann zwischen leben und tod unterscheiden äh entscheiden meint er wahrscheinlich ich höre wind und feuchtigkeit können dich töten wenn du sie rein lässt trage nach möglichkeit windschützende kleidung als äußerste schicht und suche dir einen natürlichen unterschlupf wind lässt deine körpertemperatur schnell sinken und bevor du dich versiehst hast du unterkühlung oder schlimmeres was ist mit feuchtigkeit das offensichtlich schnee und eis machen dich nass in diesem winter sind erfrierung fast schon vorprogrammiert trage wenn möglich wasserdichte kleidung besonders an den füßen wenn deine kleidung nass wird trockne sie an einem feuer war's das fast berücksichtige auch das gewicht die schwere deine kleidung desto weniger nahrung und andere feute kannst du mitnehmen ohne müde zu werden und vergiss nicht du brauchst auch ein paar robuste schichten die dich vollstürzen und tieren schützen besonders dieser tage das ergibt alles sinn prima denk aber daran dass eine gute ausrüstung nichts nützt wenn du sie nicht pflegst nadel und faden sind deine freunde halte deine kleidung gut in schuss und sie wird dir gute dienste leisten wenn du unterwegs bessere ausrüstung findest scheu dich nicht die schlechtere über den jordan zu schicken verstanden gut und jetzt beweise es meinen alten parker direkt hinter den bahn schienen findest du einen alten aussichtsturm dort solltest du etwas förster ausrüstung finden nutze sie um meinen alten parker zu reparieren ich habe doch gesagt dass ich verstanden habe dass ich meine ausrüstung pflegen muss wissen ist nicht gleich tun mackenzie und jetzt raus da ja gut ich bin bald mit einem verdammten mantel zurück so gut wie neu das will ich hören ja ihr habt gehört das ist unsere neue quest wir werden einen mantel reparieren ja finde den aussichtsturm in dem jr meyer fälle zum trocken aufwart repariert jr meyers mantel ok auch keine riesen sache wird im hand umdrehen erledigt allerdings erst in der nächsten episode für dieses mal wenn wir uns aufs ohr hauen und ein bisschen schlafen sagen wir mal drei stunden und dann machen wir uns auf den weg und wenn wahrscheinlich dann beim förstertum übernachten ja ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit ich hoffe ihr habt ein bisschen spaß gehabt beim schauen des videos wenn ihr wollt seid ihr beim nächsten mal wieder dabei gern auch einen daumen hoch und ein abo da lassen schaut auch bei dalorite im forum vorbei den link findet ihr unter diesem video wir sehen uns bis dahin macht's gut bye bye bis dahin